Dieser Teil war ein bisschen schwerer Erlebnis in 1891 und 1926 der Tourismus geöffnet. Und da sehen wir dann diese drei schönen Säle. Erst kommt der Spaghetti-Saal mit kleinen Sinterrungen, der Spaghetti, die so berühmt ist, nach dem Weißen Saal und die rechte Weißen Bank der Tromsteiner-Montag, die Margeau-de-Rode-Saal. Jetzt machen wir ein Spazierpunkt dieser schöne Tröme. Soviel bleiben wir hier zusammen. Soviel bleiben wir hier. Soviel bleiben wir hier.